Da, dass der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem und ließ versammeln alle oren Priester und schriftgelehrten unter dem Volk und erforschete von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Und sie sagten ihm... Der König Herodes Der König Herodes Der König Herodes Der König Herodes